so hat man auch noch nie jetzt ist baby ja nicht da jetzt gewitte dich wieder heimlich jetzt geht er unter dem joypad wieder ja das auch king of the hill ach die scheiße ja nee nie nur das auch der marcus wird jetzt anfangen wieder autos zu sammeln ich mag das mit dem punkt nicht das lange 10 minuten das neuer von mir das ist wie man das sportplatz ja oder oben ist eine riesige festung alter direkt von mir ich habe ihn auch nicht ein riegel da war wieder so unverwüstliche stirbt man merkt kevin wieder total los na was soll man hier machen den punkt sammeln den punkt einnehmen und nicht da irgendwie allerdings rumstehen und leute erschießen nach was wo halter der platz hat gekriegt hier haben wir natürlich nicht nur noch da haben wir nur den ehemaligen punkt ja den gleichen punkt versuchen zu kriegen abgeschossen hier gibt es meinen karabiner gibt ich habe das gehört dass du da hoch willst schon wo du schießt durch den block doch mehr durch die blöcke schritten ich habe an der seite vorbeigeschossen mein miss das ist ja nur ein punkt ja ich hätte sind dass auch alle wollen die bühne haben die rakete blieben eigentlich war die sich auf mich gedacht aber die war sehr wohl für dich gesagt das kann doch nicht wahr sein kevin was ist mit dir heute fall aber schon alles einfach alles ja genau das genau das das war auch damit aber lass mich doch wenigstens noch ein team aber da waren älter schießen sich drei leute mit eben über hausen das ist dann die feierlich aua 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 ich wollte schon sagen jetzt wäre es fast wieder ein doppelter gewesen aber mann nur da kommt von hinten ist da ich kenne sein prob ich will nicht mein karabiner das heißt durch die rolle langsam gesagt der mich erschrocken ich hab nicht mehr raketen auf der bühne für dich zieh ich nichts erotisch nicht mehr an unterstützter du siehst du nicht auf den kopf gesetzt aber ich stehe noch ein bisschen und gibt ja lieber für das gewicht ich komme auf die bühne dauer stürb kevin stürb so ist das so? oh ja ich werde ja aus zwei Seiten befassen was? scheiße nie wieder ja genau Ruckwelle leckt mich im Arsch aber nie wieder Kevin hey sobald wir uns die ganze Zeit hier eigentlich verkriegen holt den Rico die Punkte wenn wir nur sehen, fachlose nebenbei ja boi ja boi Enrico da war gut wir laufen mit an uns vorbei ja die Spieler durch die Blöcke gibt's nicht können die wenigstens das Spiel mal ordentlich machen dass man nicht durch irgendwelche Blöcke schießen kann aber das hat noch nie einen Punkt ja 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 genau klar Johan, kann Markus töten? äh Kevin töten? mach ich gut, danke nein, da schießt ihr auf mich ach ach alles da auf man Rigo böse ein Rigo böse ein Rigo hat dich aber noch mitgenommen ja wo schießt du hin? auf Kevin auf Kevin der da unten rennt Kevin rennt? aber nicht getroffen ey ist doch nicht wahr da da stand da wieder der unerbittliche Markus meine Damen und Herren hat sie doch genommen hat sie doch genommen ich frage mich was er mehr erzählt die Punkte oder dass du hier jemanden abknallst wie den ja die Punkte die Punkte die Punkte nur Käffel immer ständig nur knallen das ist ja das ist nicht wahr warum kriege ich den nicht? weißt du ja wie soll's? jetzt der gewinnt Rigo wieder zweiter einmal hin ich hab nur 20 Punkte gesammelt ne? ich hatte immer irgendwelchen die töten neben mir aber nett aber die Waffen waren echt eklig ich sag mal so die Panzerfäuser hätten nicht sein müssen Panzerfäuser mit Granaten damit hast du hier Granate ok aber die waren Panzerfäuser also auf Landstrecken ist schon nicht damit kannst du schon mit den Leuten verhindern dass die da an die Punkte kommen guck mal schon sind wir auseinander gezogen meine Damen und Herren so macht man das in einer anderen Seite in einem YouTube Video oder was? wie was? ich möchte eins anmerken ich stehe nicht auf Kevin noch nicht kommt später weißt du jetzt leugnet da ich wollte grad sagen dieses leugnen immer das ist doch erst recht ein Zeichen dafür dass es stimmt gestern abend hörte sich das anders an da hat sie mir dann geschrieben warum geschmachtet nach dir und sowas vier Runden mhm nein mhm 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 Untertitelung des ZDF, 2020